Die Frage vom Bruder, stimmt das, dass man nach jeder Gebetswaschung zwei Raka'ah, freiwilliges Gebet beten kann? Ja, das stimmt. Das heißt, wenn du eine Gebetswaschung machst, in jeder Zeit, egal welche Zeit, wenn du dich für das Gebet gewaschen hast und danach kannst du zwei Raka'ah beten. Das kommt aus einer Überlieferung. Der Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sagte, O Bilal, O Bilal, ich habe die Schritte von dir im Paradies gehört. Und das war, weil Bilal, r.a. immer nach der Gebetswaschung zwei Raka'ah gebetet hat. So darst du tagel mere? En ann好吧, der er die Erbesteuerung podcast, in welnehmen der Erbesteuerung von Erbesteu hat, dengeoning Men کو bautet hat und data getetet hat. Denn es war immer wieder ein Rekhaktes nach dem Wurzuch. Und Allah wird er auf und auf und auf.